Wenn ihr ein Becken auflöst von jemandem, den ihr nicht kennt, dann schmeißt den Sandboden nicht einfach weg, auch wenn man, wie hier, eigentlich nichts sieht. Ja doch, da kann man es schon erahnen. Da könnte noch was drinstecken. Ich hoffe, ich schaffe das jetzt mit einer Hand. Ja, geht natürlich nicht. Also, in so ein Sieb rein. Dann in einen Eimer Wasser. Und wir werden sehen, was passiert. Ich schüttel das jetzt mal ein bisschen hier. Also, hier Sand im Wasser. Ein bisschen geschüttelt. Und da seht ihr, was alles zum Vorschein kommt. Nämlich das hier. Jede Menge Turmdeckelschnecken. Das war in einem Abwasch drin. Also, Vorsicht, nicht einfach den Sand wegschmeißen. Ihr tötet sonst tausende Turmdeckelschnecken. Unter Umständen.